Jungs, seid ihr bereit? Heute wird richtig rasiert. Auf geht's, Janosch! Konsequent alle Kanten checken. All glatt muss das sein. Karl, mein Bruder, sei aggressiv, achte aber auf dein Positioning. Dann verspreche ich dir, werden wir drüberfahren. Matze, das wird eine klinge Nummer von dir. Du kennst hier eh alle Kanten am besten. Sehr gut, Leute. Es war zwar eine hartige Angelegenheit, aber ihr könnt stolz auf euer Ergebnis sein. Genau so sehen Sie aus.